ich bin eigentlich nicht so viel der farmer eigentlich aber das ist nun mal so wenn ich erst oder so sehe da muss ich hin das geht nicht an das aber die ganze schule das hier so rüber und Hups! Ja, wohl. Muss ja jeder runter. Oh, Tepro! Ah! Lava sei heiß. Na ja, ist echt zu Lava, ist heiß. Wir halten es mal aus, wir nutzen. Nee. Vielleicht ist es deswegen, ich denke, es fährt mir immer so ein bisschen mürbisch. Ich denke, es fährt mir schon ausgenutzt. Ich denke, es fährt mir schon ausgenutzt. Was ist das? Unheilsblut? Uuuh! Das war so klar. Das war so. Uuuh! Du fettes Stück. Scheiße! Oh, falsche Richtung. Äh! Ich bin in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, boah. Das ist kaputt. Ach, sie fertig. Schroeders. Schroeders. Ganz viele Schroeders. Schroeders. Äh. Äh. Was ist das? Beobachter. Weißt du, soll ich mal versuchen? Ach komm. Ja, jetzt drauf gehen können wir nicht. Oh, was zum... Oh, was zum... Oh, was zum... Ich bin in Ruhe. Oh, was zum... Ich bin in Ruhe. So mal so ordentliche Zuge. Ordentliches Zeug. Was ist das denn? Oh, gerade bloß ab. Ja. Oh, was zum... Ich bin in Ruhe. Ja. Ah. Ich bin in Ruhe. Ich bin in Ruhe. Da kann ich ja beten, ne? Äh, jetzt bin ich hier hoch. Ah, Kunst. Wenn ihr durchlesen wollt, lest ruhig ein bisschen. Skelettkrieger. Da unten drin muss ich wahrscheinlich irgendwo beten, wa? Irgendwo werde ich hier beten müssen. Ein Skelettkrieger möchte ich mal noch hinhauen. Zwei sind dann so ein bisschen bescheiden. Bleib liegen. Was soll ich hier machen? Wo soll ich jetzt beten? Warte. Jetzt beten wir noch eben im anderen Schreien. Äh, okay, das war die falsche Richtung. Leute, bis dann. Genau durch diese ganzen Leute. Und Skelette und alles. Und Arsch und Fleisch. Tja. Hä? Was war denn das jetzt? Äh, okay. Lass mal mal so stehen. Ach, das sind die Jute-Fasern, die man später braucht für, äh, Schneiderei. Jetzt weiß ich, was das ist. In der letzten Beta habe ich mir gerätselt über den Zauberer, wo man die Jute herkriegt. Ah, Rätsel gelöst. Sehr schön. Nicht da, du Blinzendes rum. Okay. Okay. Bieten wir hier nochmal ne Runde, wa? Was zum Wasser. Spricht mit dem Typi von vorhin. Was da? Höher, höher, höher. Uuuh. Lass mich hier runter, verdammt. Was wird dir los? Ha! 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 Ja! Hallo? Ich wollte schon sagen, stirb. Das Video will ich nicht veranschen. Bei meinem Ei, es wird Zeit, ihr... Hat er gesagt, bei meinem Ei? Egal, ich hab nicht richtig gelesen. Ich weiß, ob das läuft besser so. Der auf. Ich werde weiß, dass er doch nicht veranschen wird. Oh nein. Ich bin fast. Hier meines gint. Man scharzt. Aber irgendwas. Ja! Er stört meine Ruhe. Ich. Was dagegen? Ich glaube ich ja nicht. Bei euch sieht das er ist wichtig. Also bekommt er auch. Ich bin auch wichtig. Und jetzt? Gemeinsam. Gegen so einen Untergang. Und dann? Guten Tag. Ihr seid also der Gua, der mich auferstehlich ist. Das ist es. Ich war der größte Magier meiner Zeit. Und ihr weckt mich wegen etwas, dass ich wusste, dass Skelette nicht ausreichend. Ich hätte einige, ich habe es vergessen. Na super. Seht mich nicht so an vom Ritual gegenstimmen. Entschädel, und ich kann das Ritual nicht ohne diese Gegend. Ach, wie soll man klar sein? Da irgendwas für den Ruhm auf den alten Sack. Da war es eigentlich immer alles so vergesslich. Unruhe ist jetzt Hand 2. Hallo Skelette. Das ist, ja, scheinbar, dass du da bist. Das ist Bärfeil. Das ist, ja, scheinbar, dass du da bist. Das ist alles auf blau. Das ist nicht richtig aus, unbedingt. Hm, schauen wir mal, was denn was da stehen könnte. Meinungser war zwei Gegenstände. Ein Schädel und eine Kerze. Diese Gegenstände befinden sich in verschlossenen Truhen im Osten und Westen. Ich muss ein Rätsel an jeder Truhe lösen, um sie zu eröffnen. Ja. Äh. Schauen, da. Das heißt jetzt was? Oh, die sind eher nicht leicht aus hier. Äh. Ja. Nehmen wir einfach mal jetzt hier. Blau. Gut, das sieht schon mal falsch aus. Dann nehmen wir jetzt mal hier. Blau. Da, rot. Gut. So, das heißt, blau und rot haben wir schon durch. Das heißt, wir nehmen wir einfach jetzt mal hier. Nehmen wir hier mal gelb. Hier mal. Blau. Und hier mal rot. Gut. Auch nicht. Hier rot und hier vielleicht blau. Irgendwie das Gefühl, dass ich wieder irgendwo einen Hinweis wahrscheinlich übersehen habe. Was ist doch so ein bisschen fertig, dass die Truhe hier offen ist. Ganz ehrlich. Irgendwie... Irgendwie... Was ist mir hier irgendwie stutzig? Hand, Hand, Hand. Das sind alles Hände. Eine Hand? Überall nur eine Hand. Ein, äh, Hand, Hände. Was machen wir? Unten sind drei. Wahrscheinlich hätte ich jetzt von Anfang an nicht irgendwas anders machen sollen. Schauen wir mal, drei, drei, das war auch nur drei. Da sind Hände drauf und irgendwie bewegt ja auch immer die Hand, wenn man das Ding drückt, aber wie? Irgendwie scheint mir das gerade so ein bisschen suspekt. Man muss da wahrscheinlich eine gewisse Reihenfolge auch beachten. Also, wenn man erst die Farbfolge macht, dann die Farbfolge und dann die Farbfolge. Ich glaube ich, dass wir einfach nur eine Farbfolge hinkriegen müssen, dann sind wir gegessen. Vielleicht denke ich, es wird zu kompliziert. Hier ist rot. Nehmen wir hier blau. Und hier gelb. Das muss jetzt schon mal nicht. Das machen wir jetzt ganz systematisch. Zettel. Stift. Ganz systematisch. So, also wir hatten rot. Blau. Okay. Und da wird schon mal nicht funktionieren. Okay. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich merke mal fünf Notabendicht, aber ich glaube nicht, der steht wieder nicht. Egal. So, dann nehmen wir jetzt hier blau. Hier gelb. Und da rot. Das ist hier. Blau. Gelb. Gelb. Funktioniert auch nicht. Weiter geht's. Gelb. Rot. Blau. Gelb. Rot. Blau. Funktioniert auch nicht. Gut. Dann machen wir hier weiter. Wir machen hier. Blau. Und hier. Rot. Rot. Gelb. Blau. Na. Stopp. Hier muss noch was. Rot. Gut. Funktioniert auch nicht. Gut. Dann machen wir hier weiter. Da gelb. Ja. Und blau. Auch nicht. Rot. Ah. Aha. 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 Jetzt hat alles funktioniert. Also die letzte Kombination war Rot. Mist. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das tut mir jetzt leid. Also rot habe ich genommen, rot, gelb und blau. Vielleicht spielt das auch von der Farbfolge her irgendwie eine Rolle, also ich kann nochmal sagen, ich habe rot, blau, gelb, dann blau, gelb, rot, dann gelb, rot, blau, dann gelb, blau, rot und zum Schluss rot, gelb, blau, dann ging das irgendwie auf. Das könnt ihr auch nochmal drückspulen, euch nochmal angucken, also und dann war es einfach da drin, keine Ahnung, was das jetzt war. Ich glaube, weil ich die richtige Reihenfolge getroffen habe, aber tja. Dann ist das halt so. Dark Peoples. Da stand ja in dem Questjournal, da stand ja auch von wegen hier jeweils ein Rätsel. Das war mir schon wieder richtig blut, weil ich hasse ja eigentlich Rätsel, wo ich Skyrim sehr gesuchtet habe, aber die Rätsel fand ich mal zum Kotzen. Oh, nööööööö. Nicht normal die ganze Scheiße. So, fangen wir einfach nochmal an. Stift raus. Hier waren wir bei Rot. Gelb. Ach, scheiße. Gelb. War doch schon. Blau. Das ist wieder erwartender, aber nicht korrekt. kann man von oben nochmal rot blau gelb funktioniert nicht dann haben wir hier blau gelb rot klappt auch nicht dann haben wir hier gelb rot blau auch nicht machen wir jetzt hier blau und hier rot ah guck mal guck mal guck mal da war es Mist hier war gelb 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 da hier ist die Farbkombination gelb blau gelb auch nicht schlecht nicht ihr denkt ihr seid schlau hm alles klar hab's auch mal für die Leute hier reingeschrieben oh hallöchen typi ah nein klatsche ah man ja ich halte mich für clever und jetzt hallo how do i feel so again da wird schon mal verkauft für 100 gold wieder im chat ja ja so und zack hallo nur mit dir reden ah ihr habt ihr zweifelt an meinen fähigkeiten gut für euch macht euch bald ah ja schon mal sehr gut aus sein achse ich bin hier mit zu helfen oh ich bin hier mit zu helfen oh oh gelöst und werft es ok 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 on moment etwa ich bin takes gar nicht aber es ist nicht schlimm ich kann verkaufen so Alter wow wow hm wir wollen, dass ich da besser in Ruhe du machst das schon und zack oh oh wow oh ein bisschen Ausdauer Zeit Ausdauer zu hell ach ha ha voll am Arsch lebenschlückchen restore so und so viel und für 10 seconds restore naja wo bist denn du da klein waren noch so ein klein waren mehr klein waren ja 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 ein bisschen durch. So. Ein Bläder am Schienen. Aua! Spricht mit Magister Inus. Inusee! Inusee! Tiralosee! Tiramisu! Hallöchen! Reutige Stufe. So. Ihr seid nicht mein Akolyt. Sehr mutig Akolyt. Jetzt hört zu. Akolyt? Ich bin kein Magier. Ist doch auch schon die Magier. Bist du doof?